In der Station in der Gerauske, in der Fiesberg, war Franz Schottig in Kalkar erzogen. Er zog das Surrento. Die Mutter hier überkräft sie, Quartel Kanzerster. Die auf der Vorderoption entdeckt, war siegervoll in seiner Zeit, und kriegt Helden auf der Studenschau. Und dann hat er genommen für die Vorderoption die Familie Schörner hat aufgepasst, und er steigt. Die Echten, 3-Jährigen die Wäldernapel. Ein ganz moderner Hempst. Mit super gutem Auge, erstes Bestand, die wieder in den Strudeln gehen wir hier. Zum Beispiel auch Club Magic, unter Tommy Visser, ab der beiden werden in der Vorderoption für die Vorderoption entfernen. Wir waren auch die Fähne, Paolo, vom Jazz, und Valenzino, von Baili, weil sie da geben wir an in Para, übrigens Weltreiter in der Ruhrmeisterschaften. WELT.TV aus der Einsam, der wir zu schaffen, des Zollentanz von Surrento. Zollentanz Musik immer vorwärts, immer viel Willen, viel Arbeiten, das ist immer so, dass wir jetzt noch ganz gut sein. Wir werden es sehen, die Rente sind auf der Bostau am 29. März.